ich höre eine schweinsnase wo ist die schweinennase hört ihr die auch ich höre sie aber ich sehe sie nicht bin ich so blind also ich muss irgendwo der verrückte hochmacher hier müssen die irgendwo sein gleich sie muss irgendwo gleich eine nase keine ahnung ich sehe die nicht seht ihr die? komisch so jetzt muss ich gleich mal gucken wo geht es weiter? ich glaube da muss ich da erst in den häuser spalt rein? den hausspalt? scheint so ne? schaffe ich das da rein? wir probieren es einfach mal da ist sie da ist sie muss ich die auch pfeffern? naja jetzt sollst du mit der kamera da oben stehen bleiben oh mein ok ach guck mal wow eine erinnerung mit mein herz ist offen alice nie verschlossen nie versperrt es braucht keinen schlüssel ok so jetzt müssen wir mal gucken weil wir müssen nämlich da raus oder gehen wir erst da hoch ich weiß es gar nicht ne da hoch kommen wir ja nicht mehr also werden wir da raus müssen kann ich da so raus rennen? ja so uah uah das war aber knapp so da müssen wir nicht aber da müssen wir lang so warten wir mal kurz wie die sich bewegt na würde ich sagen so super und wir müssen ja gleich da hoch hoch na vielleicht fast zu weit gesprungen ich glaub gar nicht wie ich gerade hier auf meinem Stuhl bin mit rauf und runter wackeln so gucken wir mal wo kommt denn die nächste da kommt was und da scheint aber auch was in der Wand zu sein komm ich denn wie hin wenn ich da hin gehe komme ich weiter ne wohl warte warte ich will wissen was da in der Wand ist oder? wollen wir das wissen? dann müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal gleich machen ne? hm ich bin mir nicht sicher ob wenn ich sogar schon war an der Stelle war also was mit der Kamera mit der Lenkung da muss man echt aufpassen hier ja mal drehen dann würde ich sagen zack 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 einmal drehen und warten so uhr ach jetzt ach einmal schweben Nein! Ach, verdammte Axt. So sollte man es nicht machen. Nja. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Hier sind wir. Dann, huch. Ach, den haben wir schon benutzt. Gut. Na gut, dann drehen wir uns mal hier. Na, super empfindlich hier, das Lenkungsrad. So, zack, zack. Dann drehen wir uns. Dann drehen wir uns wieder zu weit. Und wir fallen vorbei. So, das sollte doch dieses Schacht. Das sollte doch ein bisschen sein. Verdammte Axt. Wie wichtig dich immer weiter, wenn ich dich draufhalte? Ich höre schon wieder Schweinchen. Okay. Wahrscheinlich da draus. Da drüben. Na gut. Mit Anlauf und Schmackes. Ah, guck mal. Ne, das ist analysierend. Das wollten wir nicht. Da schnaufen. Ach Gott. Das mit der Optik mit dem Controller ist doch ein bisschen gewohnungsbedürftig. Ja. Wirst du wohl da durch? Ich weiß, du hörst mich, du widerspenstiges Kind. Benutz die Bettpfanne und lass jetzt das elende Kaninchen los. Okay, das war keine schöne Erinnerung. Ah, jetzt kommt auf. Wow, alter. Das kann ja... Also die Optik war jetzt nicht so besonders das Dolle, weil das kriegst du ja überhaupt nicht gelenkt hier. Ja. Noch einer. So. Achso, waren da nicht gerade noch irgendwie Schweinchen am Schrein? Hm. Scheint doch nicht. So, gucken wir mal, wo wir hier sind. Hier ist nichts. Na, und dem Rock wollte ich ja jetzt nicht gucken. Mal gucken, wie müssen wir da lagen. Vermute immer ganz stark darüber schweben. No. Ja. Ja, dann. Drei, zwei, eins. Auf, alles. Zack, zack, zack. Und dann schwebe mal. Ach, guck mal. Da ist die Schweinchen-Nase. Wow, das hätte jetzt aber auch ins Auge gehen können. Na. Wir sehen mal die Schweinchen-Nase an. Was machst du denn da? Na, das ist... Na, so funktioniert das an wie hier aber auch nicht. Okay. Und was ist da oben? Ich muss gerade schauen. Wo muss ich denn hier... Wohin? Also, da geht es hoch. Und hier geht's lang. Wo ist hier wohl lang geht? Okay, also hier könnte ich rüber. Aber ich könnte ja mal eben gucken, was da drüben los ist. Wenn ich's nicht vergeige beim Springen. So. Ach, Herzchen. So. Zack, zack. Da hätten's auch noch was. Ach, guck mal. Nee. Klein. Okay. Dann gehen wir mal Klein Alice da mal rein. Und läuft auch mal durch. Boah, die läuft ja hier wie ein... Alice war viel allein. Ein introvertiges und einsames Kind war möglich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll war, zu alt, um Spielkameradin zu sein. Okay. Wird sich noch einer netten Kiff... Ah. Warte mal. Da lang. So. Gut. Das heißt, ich laufe jetzt wieder zurück. Und auf der anderen Seite. Wieder nach oben. Und wenn sie oben ist, hätte sie sich einmal drehen müssen, weil sie muss auf die andere Seite. Ja, jetzt sieht's wieder schön wichtig. So kann man das auch machen. So sollte man's nicht machen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.